Unsere zentrale Notaufnahme, die ZNA, ist Anlaufstelle zur Akutversorgung von Patientinnen und Patienten bei Verletzungen oder bedrohlichen Erkrankungen. Sie ist täglich rund um die Uhr geöffnet und befindet sich im Anbau des Krankenhauses, neben der Liegendeinfahrt. Dort sind auch die stationäre Patientenaufnahme sowie die Bereitschaftspraxis untergebracht. Ein multiprofessionelles Team aus erfahrenen und teilweise speziell ausgebildeten Fachkräften sorgt für ein medizinisches Erstgespräch sowie alle notwendigen Untersuchungen, um eine schnelle und zunächst fachunabhängige Diagnostik sicherzustellen. Dabei gewährleistet ein strukturiertes Vorgehen, dass lebensbedrohliche oder schwer Erkrankte schnellstmöglich versorgt werden. Nach der Diagnosestellung wird eine fachspezifische Zuordnung durchgeführt und eine individuelle Versorgung mit den Patientinnen und Patienten abgestimmt. Die Zuweisung auf die bestgeeignete Station erfolgt in enger Absprache mit der entsprechenden Fachabteilung und garantiert eine effiziente und ganzheitliche Versorgung. In speziellen Situationen kann es auch zu einem kurzen Aufenthalt in der Holding Area der ZNA kommen? Ist eine stationäre Aufnahme ins Krankenhaus nicht erforderlich? Erfolgt eine Behandlung in der angeschlossenen Bereitschaftspraxis oder auch eine ambulante Weiterbetreuung durch Haus- und Fachärzte? Ganz wichtig für den Ablauf in der Notaufnahme ist das Manchester Triage-System. Das bedeutet, die Behandlungsreihenfolge der Patientinnen und Patienten richtet sich nicht nach der Ankunft Wartezeit, sondern nach der Dringlichkeit und Schwere der Erkrankung.